Hallo, Lena. Ich habe dich ewig nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Hallo, Max. Wir haben uns seit der Abi-Feier nicht mehr gesehen. Mir geht's gut. Wie sieht es bei dir aus? Studierst du? Ja, ich studiere Jura. Wow, cool. In Moskau? Nein, in Rostov. Du wolltest doch in die Hauptstadt gehen. Genau. Aber dann habe ich es mir anders überlegt und bin in unserer Stadt geblieben. So ist es viel billiger. Dazu ist die Arbeitserfahrung momentan sowieso wichtiger als der Name der Uni. Ich bin aus dem gleichen Grund in der Stadt geblieben. Ich studiere momentan an der Pädagogischen Hochschule. Welches Fach? Lehramt. Ja, ich erinnere mich. Du warst immer gut im Literaturunterricht. Warum möchtest du als Jurist arbeiten? Du wolltest doch einen Beruf in der IT-Branche. IT bleibt mein Hobby. Aber als Anwalt zum Beispiel kann ich den Menschen viel mehr helfen und nützlich sein. Ja, klar. Rechtsanwalt. Das passt doch zu dir. Was meinst du damit? Du kannst doch sehr gut deine Meinung verteidigen und die Wahrheit beweisen. Das sind doch gute Eigenschaften für einen Anwalt. Danke sehr. Ich hoffe, du hast recht und ich schaffe das. Ich kann dich auch sehr gut als Deutschlägerin in der Schule vorstellen. Na, mal sehen. Ich muss leider schon los. Es war schön, dich zu treffen. Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Wollen wir vielleicht unsere Handynummer austauschen? Ja, gerne. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020